Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Als erstes wollte ich mich nochmal beim Verein bedanken, dass die mir überhaupt die Chance gegeben haben, die ganzen Erfahrungen zu machen, das alles mitzunehmen, weil das war echt Gold wert. Auch wenn es jetzt nur Silber wurde, aber das komplette Team ist extrem stolz auf die Leistungen, die erbracht wurde. Ich finde es auch beachtlich, dass man innerhalb einer so kurzen Zeit so zueinander findet und so harmoniert. Es ehrt mich unglaublich, dass ich da als einzigster Zweitligaspieler mitfahren durfte. Und ich glaube, das hat mich auch menschlich sehr viel weitergebracht. Die ganzen Erfahrungen, die ganzen Eindrücke, die ich dort sammeln konnte. Es ist einfach eine tolle Sache. Das macht mich unglaublich stolz, mit den Jungs da auf dem Platz zu stehen. Sei es Max Meier, Julian Brandt, die Bänder-Zwillinge. Von denen kann man viel lernen und ich bin extrem stolz, dass ich dabei sein durfte und auch zu meinen Einsätzen kam. Max Meier hätte auf jeden Fall noch vor mir geschossen, das Fanbänder auch und dann wäre es eng geworden. Ne, ich glaube also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die in Elfmeter geschossen haben, die 50 Meter, die hatten es in sich. Also die 50 Meter von der Mittellinie bis zum Elfmeterpunkt. Boah, Hut ab vor denen, die sich freiwillig gemeldet haben. Der Karlsruher SC präsentiert WildparkTV. Powered bei BadenTV.